BR 2018 BR 2018 Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Mist, ich glaub, das mit dem Tanzen muss ich noch ein bisschen üben. Aber was sagt ihr zu meinem Outfit? Nicht schlecht, oder? Darf ich vorstellen, Graf Tobi zu Krellinghausen. Ungefähr so wie ich haben sich die aaligen Leute vor ungefähr 400 Jahren gekleidet. Zur Zeit des Barock. Die haben in so prächtigen Schlössen wie dem hier rauschende Feste gefeiert und eben auch solche Tänze getanzt. Was zur Zeit des Barock noch so los war, das seht ihr heute in der Sendung. Heute dreht sich nämlich alles um den Barock. Jetzt guck ich mal, dass ich da wieder Anschluss finde. Das Zeitalter des Barock dauerte etwa 200 Jahre. Von ca. 1570 bis 1770. Damals gab's noch keine Autos, keine Zentralheizung, keinen Strom und kein fließendes Wasser. Die Menschen im Barock gehörten zu einer von drei Gruppen. Oder man sagt auch Ständen. Ganz oben war der Adel. Das waren die Fürsten und Könige. Die zweite Gruppe war der Klerus, also die Männer der Kirche. Die dritte und größte Gruppe waren die Bürger und Bauern. Das Sagen aber hatten die Adeligen. Sie lebten in großem Reichtum, liebten prunkvolle Architektur und aufwendige Gewänder und veranstalteten große Feste mit Musik und Tanz. Die Bauern dagegen lebten in großer Armut und mussten zudem einen Teil ihres mühsam erarbeiteten Ertrages an die Adeligen abgeben. Ihr seht schon, fair ging es in dieser Zeit nicht zu. Ich check heute, wie die Adeligen damals wohnten, was sie anhatten und wo sie aufs Klo gegangen sind. Hinsetzen. Außerdem finde ich raus, wie das harte Leben der Bauern zu dieser Zeit aussah. Und Leute, jetzt kommt's. Ich führe meine eigene Barockoper auf in einem großartigen Opernhaus. Also, alle bereit? Sehr gut. Dann kommt jetzt ... Leute, ihr fragt euch vielleicht, was ich mit der Lampe auf der Wiese mache. Die schleppe ich deshalb durch die Gegend, weil ich heute meine Checkerbude an einem ganz besonderen Ort aufbaue. Dem Markus-Wassmeyer-Freilichtmuseum am Schliersee. Dort stehen original Bauernhäuser aus der Barockzeit. Die sind zum Teil 350 Jahre alt. Und jetzt die Checkerfragen. Das check ich für euch. Los geht's im Fränkischen Bayreuth. Hier gibt's viele schöne barocke Bauwerke des Adels. Hier im alten Schloss im Hofgarten Eremitage bin ich mit Conny verabredet. Sie kennt sich super mit der Barockzeit aus. Aber ... Conny? In welchem Zimmer ist sie? Ganz schön groß hier alles. Und richtig prachtvoll. Conny? Conny? Ach. Hallo. Hallo, Tobi. Seien Sie gegrüßt. Siehst ja toll aus. Danke schön. Stark. Das haben die Adeligen Frauen zur Zeit das Barock auch getragen. Das war damals die Mode. Besonders wichtig daran war, dass die Taille möglichst schmal war. Also, dass die Damen eine Wespentaille hatten. Wespentaille, weil Wespen in der Mitte ganz dünn werden. Da kommt der Name her. Richtig. Und das wird erreicht mit Hilfe einer Schnürbrust, eines Mieders, die eben ganz eng gezogen wird, damit man hier möglichst schmal ist. Und im Gegensatz dazu sind natürlich diese breiten Hüften gewünscht. Oh ja, stimmt. Das wird erreicht durch einen Reifrock unter einer Vielzahl von Unterrücken. Das ist ja krass. Das sieht so aus. Ich glaube, ich habe Lust mich auch umzuziehen und mich auch in so ein barockes Gewand zu werfen. Gleich zurück. Adelige Männer trugen im Barock oft solche Anzüge. Die bestanden aus Kniehose, Hemd, Schnallenschuhen, Seidenstrümpfen und einem langen Gehrock. Und dazu so eine Perücke. Und warum sie die auf hatten, frage ich Conny jetzt. Damit hat man sich vor allem vom Volk abgehoben. Weil das arme Volk, stell dir vor, man wäscht sich ja nicht. Das heißt, die Haare klebten irgendwie fettig am Kopf. Und das sah recht eklig aus. Und die Adeligen haben sich damit wieder abgehoben. Gezeigt. Schaut mal, wir sind ganz was Besonderes. Wir sind schick und edel. Aber warum haben die sich nicht einfach gewaschen? Ich meine, Wasser gab's ja auch damals. Wasser gab's. Aber die hatten Angst vor Wasser. Wieso? Denn man hat gedacht, das Wasser trinkt in den Körper ein und macht ihn krank. Und ganz falsch lagen sie damit nicht. Das Wasser im Barock konnte durchaus ungesund sein. Denn damals kippten die Menschen ihren Müll und Unrat einfach auf die Straßen und in die Bäche. Vor allem in den Städten muss es furchtbar gestunken haben. Und weil man so Angst vor Wasser hatte, wusch man sich kaum. Die Adeligen sprühten sich stattdessen überall mit Parfüm ein. So wollten sie den Gestank überdenken. Manchmal haben sie das sogar in den Mund gesprüht. Und sie haben sich überall eingepudert. Auch um zu zeigen, seht her, wir sind blass und nicht braun wie die Bauern, die in der Sonne arbeiten müssen. Und so gelacht wie du hätte kein Adliger gerne. Was? Haben die nicht gelacht? Die hatten kaum Zähne im Mund. Es gab ja keine Zahnbürsten und keine Zahncreme. Das heißt, da innen drin waren Zahnruinen. Echt? Es war schwarz im Mund. Die haben vermutlich auch ziemlich eklig gerochen. Eww. Also hat man keine Zähne gezeigt? Mhm. Okay. Guck dir die Bilder hier an. Die haben alle im Mund zu, stimmt. Richtig. Und jetzt erst mal eine Frage an euch. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Dass sich sogar die Adligen wenig gewaschen haben, weiß ich jetzt. Aber wo sind sie aufs Klo gegangen? Guck mal, deine Toilette. Was ist das da? Ja, klar. Die haben hier ihr Klo gehabt. Ja, natürlich stand so ein Stuhl, der Leibstuhl. So heißt das? Manchmal mitten im Schlafzimmer oder eben in einem kleinen Kämmerchen. Echt? Guck mal, da kann man hier den Deckel abheben. Nee, also wenn ich jetzt so ein Kurfürst wäre, dann gehe ich nicht ins Bad, aufs Klo, sondern ich bin hier in so ein ganz gemütlich eingerichtetes Kackzimmerchen gegangen. Dann steht hier so ein Sessel mit einem Deckel. Und dann würde ich mich hier so hinsetzen, in mein Geschäft machen. Genau. Und, oh, Klopapier. Stoff, Stoffstücke. Echt? Die zum Teil gewaschen und dann vermutlich wiederverwendet wurden. Okay. Hätte ich jetzt auch benutzt, ja? Genau. Dann wärst du aufgestanden und dann wärst du gegangen. Und dann, wer macht die Sauerei dann weg? Wer wohl? Die Diener. Schon, ne? Entschuldigung, aber das ist ein echter Scheißjob. Ja. Aber im Barock war es auch so, die armen Leute, die hatten ja solche Stühle gar nicht. Das heißt, wenn die mussten, sind sie dort gegangen, wo sie sich gerade befunden haben. Mitten auf der Straße, in einem Raum, in einem Flur. Haben ihr Geschäft gemacht, konnte zuschauen, wer wollte und sind weitergegangen. Unfassbar. Ein barockes Klo hieß Leibstuhl. Ein Stuhl mit einer Schüssel drunter. Die wurde danach ausgeleert. Gecheckt. Zur Zeit des Barock hatten alle Adligen ein großes Vorbild. Ludwig XIV. König von Frankreich. Der wurde auch der Sonnenkönig genannt. Er sollte die große, strahlende Sonne sein und alle anderen kleinere Planeten, die um ihn kreisen. An seinem gigantischen Königsschloss in Versailles hat er ein Leben in Saus und Braus gefeiert. Schon morgens beim Aufstehen war da eine Riesenparty. Da waren 200 Leute, nur um dem König beim Aufstehen zuzugucken. Und damals war es auch eine richtig große Ehre, den König zum Beispiel beim Klogang zu beobachten. König Ludwig war wirklich so was wie ein echter Popstar. Und so hat er sich auch aufgeführt. Viele kleinere Fürsten und Herzöge wollten natürlich auch gern so wichtig sein wie Ludwig. Und haben ihm deshalb einfach alles nachgemacht. Sie haben Schlösser gebaut, die an Versailles erinnern sollten. Sie hatten richtig viele Diener. Und sie haben rauschende Feste gefeiert, um zu zeigen, wie mächtig sie sind. Wie das genau aussah, checke ich jetzt im Festsaal des alten Schlosses der Eremitage. Mit dabei die Mitglieder der historischen Darstellergruppe Oberfranken. Das ist ja fantastisch hier. Toll, oder? Ja, total. Hier haben wir Feste gefeiert. Hier gab es entweder Bälle oder Konzerte. Und wie oft hat so was stattgefunden? Große Höfe haben so was tagtäglich anerkannt. Hatten die sonst nichts zu tun? Nein. Die Aufgabe war es, sich zu zeigen. Also auf die Jagd zu gehen. Nachmittag haben die Damen beispielsweise Briefe geschrieben, gelesen. Und wenn hier abends gefeiert wurde, wie lief das ab? Man traf sich hier, machte sich fein und schick, zog die schöne Kleidung an. Ja. Und dann wurde natürlich entweder gegessen, Musik gehört oder getanzt. Jeder Tanz startet mit der Reverenz. Die Dame machten Knicks, der Herr eine Verbeugung. Und los. Wir tanzen hier einen sogenannten Konter-Tanz. Oder auf Französisch Contre-Dance. Jeder Adlige musste diese Tänze genau beherrschen. Sonst machte er sich am Hof zum Gespött. Zwei, drei, vier, zwei, drei. Geklatscht wurde früher nie? Nein. Auf jeden Fall. Frau Tanzmeisterin, vielen Dank. Werte Gesellschaft. Zur Zeit des Barock, vor ziemlich genau 400 Jahren, begann ein schrecklicher Krieg, der 30 Jahre lang gedauert hat. Deshalb nennt man ihn auch heute noch den 30-jährigen Krieg. Für die Bevölkerung war das eine furchtbare Zeit. Soldaten sind durchs Land gezogen, haben die Menschen ausgeraubt und ganze Dörfer niedergebrannt. Es gab schlimme Krankheiten und Hungersnöte. Damals sind mehrere Millionen Menschen gestorben. So viele, wie wenn man alle Einwohner von Berlin, Hamburg und München zusammenzählen würde. Die Menschen im Barock hat dieser Krieg sehr geprägt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wenn jemand zu Beginn des Krieges geboren wurde, war er 30 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Das halbe Leben nix als Not und Kampf. Und jeder Tag konnte der letzte sein. Deshalb haben die einen gesagt, der Tod lauert überall. Da müsst ihr immer dran denken. Die anderen haben gesagt, gerade deswegen. Lasst uns das Leben feiern und jeden Tag so genießen, als wär's der allerletzte. Auf Lateinisch heißt diese Forderung Carpe Diem. Nach dem Krieg haben dann vor allem die Adeligen nach dem Motto Carpe Diem gelebt. Nutze den Tag. Sie haben rauschende Feste gefeiert und ganz viel Geld verprasst. Und wer hat dafür bezahlt? Genau, die armen Bauern. Und wie die genau gelebt haben, gucken wir uns jetzt an. Wie lebten die Bauern im Barock? Beim ersten Tageslicht standen die Bauern auf. Im Winter war es in den zugigen Häusern bitterkalt. Deshalb machten sie zuerst Feuer. Sie trugen ganz einfache Kleidung aus grobem Leinen. Die meisten hielten Tiere, meistens Schweine, Schafe oder zum Beispiel Hühner. Im Winter lebten die manchmal sogar mit in der Stube. Also, wenn sie sich fangen ließen. Zu essen gab es die Eier der Hühner und sonst eben das, was Felder und Garten hergaben. Zum Beispiel einfaches Getreide, Erbsen, Bohnen oder Linsen. Das Essen war oft karg, knapp und eintönig. Und Fleisch gab es nur an besonderen Feiertagen. Tagsüber arbeiteten die Bauernfamilien stundenlang hart auf dem Feld. Ihren Durst löschten sie nur selten mit Wasser. Denn das war oft mit Keimen verseucht. Stattdessen tranken sie viel Bier. Und zwar die ganze Familie, auch die Kinder. Der Vorteil, Bier macht satt. Denn es hat viele Kalorien. Das Bier hatte damals übrigens weniger Alkohol als heute. Aber zu viel davon war trotzdem nicht gut. Auf den Höfen war es nicht besonders sauber. Und Krankheiten verbreiteten sich rasend schnell. Ärzte konnte sich kaum einer leisten. Und als wäre das Leben noch nicht mühsam genug, mussten die Bauern auch noch einen Teil ihrer Erträge an den adligen Gutsherren oder die Kirche abgeben. Selbst wenn die Ernte schlecht war. Mann, was war das für ein hartes Leben. Im Zeitalter des Barock waren die Bauern sehr arm und hatten oft nicht mal das Nötigste. Trotzdem mussten sie Abgaben leisten. Geschäft. Ich bin jetzt wieder mit Conny unterwegs. Sie zeigt mir das weltberühmte markgräfliche Opernhaus in Bayreuth. Das hat die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth gebaut. Einfach nur, weil ihre Tochter geheiratet hat und sie für das Hochzeitsfest ein schönes, prachtvolles Gebäude wollte. Nicht schlecht, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wunderbar, oder? Ja, so was habe ich noch nie gesehen. So was prunkvolles. Die Wilhelmine und alle, die das hier gebaut haben, müssen ja Unmengen an Geld gehabt haben. Wenn die nicht nur das Riesengebäude hinstellen, sondern dann noch alles mit Gold innen verkleiden. Hier sogar die Treppenverkleidung sind so Marmorsachen. Das ganze Gebäude, der ganze Innenraum ist aus Holz, Leinwand und Farbe. Wirklich? Und wenn du Gold siehst, ist es immer nur eine dünne Schicht aus Blattgold vergoldet. Nee. Ganz viel Schein. Können wir uns das mal angucken? Na klar. Tatsächlich. Das, was wie Marmor aussieht, ist in Wahrheit nur bemaltes Holz. Und das Gold ist nur eine ganz dünne Schicht Blattgold oder Metall. Alles musste bloß wertvoll aussehen. Aber was ist mit der Bühne, mit dem Palast, der da hinten aufgebaut ist? Der ist schon echt. Nee, es sind einzelne Kulissen aus Sperrholz, die hintereinander gestellt sind. Und dadurch entsteht der Eindruck eines Palastes, der hier auf der Bühne steht. Und auch der Vorhang, den du da siehst, sieht aus edlem Samten und Stoffwerk, Leinwand und Farbe. Ist auch nicht echt. Können wir mal auf die Bühne gehen? Gerne. Ja, super. Ja, jetzt sieht man's. Guck, der Vorhang. Das ist Holz. Kein Samt, kein Stoff. Es ist wirklich einfach nur ein dünnes Holzbrett. Und es ist hier so gut bemalt, dass man von weiter weg denkt, das wäre wirklich ein Vorhang, der hier so geschwungen aufgehängt wurde. Genau. Die Kulissen aus bemaltem Holz sind so geschickt hintereinander gestellt, dass es so wirkt, als wäre es ein langer Saal. Und guckt mal, die hintere Wand ist auch nur aus Stoff. Und wie lief so ein Abend hier ab? Also Markgraf und Markgräfin kamen hier in der Fürstenloge an. Und während sie kamen, da klangen Trompeten und Fanfarenklänge von den Trompeterlogen. Und dann wusste natürlich jeder, die wichtigsten Leute in Bayreuth kommen gerade an. Ungefähr so sah das aus. Das Stück konnte erst beginnen, wenn die Fürsten da waren. Die schauten sich die Oper übrigens selten von da oben an, sondern von Sesseln, die vor der ersten Reihe standen. Wie lief denn so eine Oper ab, so eine Aufführung zur Zeit des Barock? Natürlich gab es Sänger, die in aufwändigen Kostümen gekleidet waren. Und auch diese Oper sollte ein großes Spektakel sein. Das heißt, es gab Szenen in der Oper, wo dann Gewitter toben. Es gab Donnermaschinen, mit denen Donner erzeugt hat. Das ist ja ein bisschen wie im Kino, so Special Effects eigentlich. Hat man damals schon gemacht? Special Effects des Barock. Man konnte Schauspieler wie Götter einschweben lassen. Es gab Maschinen, mit denen man im Bühnenboden verschwinden konnte. Ist ja verrückt. Und mit einer ganz besonderen Maschine machte man Windgeräusche. Wir gucken uns mal einen Nachbau an. Das ist jetzt die sanfte Brise. Das ist ja nett. Und jetzt mach mal Sturm. Hört sich echt an, oder? Windmachen ist sauanstrengend. Aber faszinierend. Es ist super simpel. Einfach ein Stück Stoff. Auf dem Rad sind hier so kleine Holzquerbalken. Und wenn ich dann an der Kurbel drehe, dann schabt der Stoff da drüber und macht dieses Geräusch. Erst leise. Und wenn man es schnell dreht, halt laut. Hört sich echt an, oder? Weißt du, was ich noch cool fände? Wenn wir hier auf der Bühne zumindest so eine kleine Barockoper selbst aufführen würden. Schöne Idee. Oder? Mit Kostümen und so? Ja, gern. Bin ich dabei. Dann geh du dich schon mal umziehen? Ja, mach ich. Bis gleich. Und weil man für so eine Barockoper nicht nur Kostüme und ein gutes Bühnenbild braucht, sondern auch Musiker, habe ich zur Musik noch eine Checkerfrage. Wie klingt eine Barockoper? So. Darf ich vorstellen? Das sind die Barockmusiker Michael, Stefan, Manuel und Helge. Die Orchester waren damals natürlich noch größer. So etwa 40 Mann. Das war ja super. Fantastisch. Sau gut. Hallo, grüß euch. Tag. Hi. Super. Cool, danke euch. Was habt ihr denn da gerade für ein Stück gespielt? Das war die Arie des Polyfem, O Radier than the Cherry aus der Oper Artis and Galatea von Georg Friedrich Händel. Händel, okay. Eure Instrumente sehen ja schon zumindest teilweise so ein bisschen anders aus als das, was man heute so kennt. Sind das jetzt speziell barocke Instrumente? Das sind speziell barocke Instrumente. Also man hat eben damals diese Flöten ein bisschen größer gebaut und dadurch wird der Klang viel prachtvoller, auch viel weicher. Darf ich mal spielen? Ja, klar. Echt? Das ist jetzt ein barockes Instrument, ja? Warte mal, wie geht das noch mal? Ich hab die lange nicht in der Hand gehabt. Was spielen wir da? Außer Übung ein bisschen. Okay, also ... Ist nicht so leicht zu spielen. Okay, ein bisschen geht's noch. Hey, das Instrument finde ich ja besonders cool. Sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre, hat aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Seiten. Gitarren haben sechs. Was ist das? Das ist eine Tiorbe. Ist ein alter Verwandter der Gitarre und ist typisch barock. Also man sieht sehr aufwendig, sehr kompliziert mit vierzehn Seiten. Auch verschnörkelt wieder, ne? Genau. Auch was du grad gespielt hast, klingt natürlich automatisch und sofort irgendwie verschnörkelt und damit barock. Super, danke dir. Machen wir doch mal beim Gesang weiter. Hi. Hi. Was war denn an dem Stück, das du grad gesungen hast, so typisch barock? Das hat sehr viele Sprünge drin, sehr hoch, sehr tief, immer sehr abwechselnd. Hier gibt's Koloraturen, da muss man sehr schnell die Melodielinien singen. Normalerweise gibt es dann noch Stücke, wo noch mehr Platz für Verzierungen ist. Triller und wo die Stimme wackeln muss. Was ist ein Triller? Mach mal einen Triller bitte. Hin und her wechselt. Verstehe. Die Geigen sahen schon fast so aus wie heute. Die Seiten waren aber aus Schaf- oder Ziegendarmen. Diese Geige ist original aus der Barockzeit. Sie ist 350 Jahre alt und klingt toll. Könnt ihr mal noch ein anderes Stück spielen, auch aus der barocken Zeit? Ja, klar. Wir haben noch was mitgebracht. Super. Dieses Stück ist von einem weiteren sehr berühmten Barockkomponisten. Johann Sebastian Bach. Den Namen kennt ihr bestimmt. Schöne Musik, oder? Die Musik einer Barockoper war voller Schnörkel und Verzierungen. Dazu gab es ein großes Spektakel, sogar mit Special Effects. Checkt. Ich hab mich auch umgezogen und jetzt ist es gleich soweit. Jetzt führen wir gleich unsere eigene Checker-Barockoper auf. Und zwar mit einem ganz besonderen Stück, das ihr vielleicht sogar kennt. Also gut hinhören. Aber vorher noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie hieß ein berühmter Komponist des Barock? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Das war die Arie des Polyfem von Georg Friedrich Händel. Also, richtig war Antwort B. Georg Friedrich Händel war ein berühmter deutscher Komponist, der lang in England lebte. Leute, es ist soweit. Das Publikum ist da und das Fürstenpaar auch. Dann kann meine Aufführung ja losgehen. Und hört mal, ob ihr das Stück erkennt. Los geht's. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, hey, ziemlich grobig. Der, der's immer fragt. Der die Action mag. Der, der alles wagt. Der, der niemals fragt. Also Leute, das war's vom Barock. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hey, ziemlich grobig. Der, der ständig rennt. Der, der niemals kennt. Der oft manchmal flenkt. Und vorsend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Checker Tobi. Checker Tobi.